Der GWT WGS102103 Geldwechsler. Wer mit Token oder Münzen arbeitet, der kommt auf jeden Fall um so ein Gerät nicht und zu. Nun fragt sich natürlich der ein oder andere, warum soll ich mir so ein Gerät in den Laden reinstellen, wenn ich damit eigentlich gar kein Geld verdiene? Warum dieses und kein anderes? Ich würde sagen, die ganzen Fragen klären wir nach dem Intro. Ab geht's. So, es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum man einen Geldwechsler braucht oder nicht. Am Anfang erschließt es sich nicht ganz. Das ist, bin ich natürlich bei dir oder bei euch. Es gibt aber halt Möglichkeiten, wo man den Wechsler gut einsetzen kann. Hast du eine große Station, willst du zum Beispiel die Scheinleser in den Automaten sparen, hast einen zentralen Wechsler, hast du einen Wechsler und nicht 10 oder 20 Wechsler. Spars natürlich letztendlich auch wieder Geld, muss man sagen. So, da geht's den nächsten Punkt. Ihr habt zum Beispiel, so wie ich, eine Halle mit Spielgeräten drin. Wollt zum Beispiel die Automaten, man kann ja auch Snack- und Getränkautomaten auf Token umrüsten. Das geht auch. Hat somit den Vorteil, ja, es kann eigentlich viel geklaut werden. Das wäre, ne, und vor allem das Geld, was gewechselt wird, wird im Laden ausgegeben. So, es kommt keiner, kein Taxifahrer, der seine Kleingeldkasse auffüllt, sag ich mal, und macht euer Ding da leer. Oder kein Tankstiller, sonst was. Es ist ja meist am Wochenende geht's dann los, wir brauchen Kleingeld. Und dementsprechend ist es dann auf jeden Fall von Vorteil, wenn man Wechsler hat. Für mich im Laden ist es so, die Leute haben nicht so viel Kleingeld und können nicht so viel zocken, weil sie nicht genug Kleingeld haben. Deswegen habe ich einen Wechsler drin. Ich habe jetzt erstmal den von Zuzu Hub. Der wird jetzt auf jeden Fall rausfliegen, hat verschiedene Gründe. Und gegen den von GWT hier ausgetauscht. GWT, wer kennt die Sonne? Das ist der Gauselmann-Konzern. Riesengroß natürlich, mega viel Erfahrung, gerade im Spielebereich. Und ja, deswegen auf jeden Fall auch sicher und finanzamtkonform. Das ist nämlich auch ein Punkt. Dazu kommen wir gleich aber nochmal. Ich würde sagen, wir schauen uns das Gerät einmal genauer an. So, das Gehäuse selber ist im Prinzip wie ein Tresor aufgebaut. Das heißt, allein das ist schon eine Menge wert, dass man es nicht leicht aufknacken kann, beziehungsweise ja auch entfernen kann von dem jeweiligen Ort. Man kann das entweder in der Wand verschrauben oder halt so wie hier mit dem Fuß, der ist optional, den kann man mitkaufen und dann halt einmal im Fußboden montieren und dann nochmal das Ganze über die Rückwand an der Wand. Gucken wir erstmal von außen, wir haben hier eine Scheinannahme. Wir können das ganze Gerät auch mit Münzannahme bestellen. Also Schein wechselt in Münze oder in Token oder Münze wechselt in Münze oder in Token. Also wenn man zum Beispiel ein 2-Euro-Stück hat, dass man dann 2 einzelne Euro-Stücke bekommt oder halt, dass man dann Token bekommt. Man kann auch sagen, dass man für 10 Euro zum Beispiel 15 Token bekommt und für 20 Euro dann halt 40 Token, nur als Beispiel, dass man so eine Art Bonussystem mit einbaut. Eigentlich ist das Gerät konzipiert als Geldwechsler, aber kann aber natürlich alles. Wir haben zwei Schlösser hier verbaut. Das eine ist ein bisschen einfacher. Hiermit kann man ins Menü reingehen. Das ist dann quasi fürs Personal. Wenn man irgendwelche Daten abrufen möchte, kann man die ganzen Service-Einstellungen und sowas machen, das Gerät neu starten, wenn es mal hängt und kann dann hier über den Service-Schalter wieder rausgehen. Hat den Vorteil, dass das Personal nicht unbedingt im Geld rumwühlt. Ich will jetzt niemandem unterstellen, dass er klaut, aber es verleitet natürlich Gelegenheit nach Diebe. Ins Innere kommt man erst mit dem richtigen Schlüssel. Man merkt schon beim Aufmachen, hier hat man auf jeden Fall was richtig Solides. Das ist nicht mal einfach eben wie so ein Amazon-Tresor, sag ich mal, verriegelt. Wir haben vier Verriegelungspunkte. Ganz wichtig, die lassen sich hier im abgeschlossenen Zustand auch nicht nach oben schieben. Es gibt nämlich Automaten oder Geräte, da geht das wirklich. Der WGS102 und WGS103 unterscheidet sich im Prinzip von der Kassette. Wir haben hier einmal so eine Kassette, wo das Geld reinfällt. Und dann gibt es natürlich bei dem WGS203 nochmal eine Kassette, wie ihr das von euren Automaten kennt, wo das Geld dann quasi hinten drin landet, die man rausnimmt. Vorteil ist, die Scheine liegen wirklich schön flach drin. Hier sehen wir jetzt aktuell sind zwei Hopper verbaute, einmal ein Euro, einmal zwei Euro. Man kann natürlich hier auch zwei Euro Münzen reinpacken oder irgendwas anderes. Kann natürlich auch die Token mit reinpacken. Kann sich hier direkt die Hopper auch rausnehmen. Hier drin sind Kontaktpunkte, die auf jeden Fall merken, wenn nicht mehr genug Münzen da sind. Er zählt auch mit, also da ist eine Telemetrie drin, beziehungsweise ein Kassenbuch. Und das heißt, man kann das Ding aufstellen, ohne dass man nochmal separat ein Kassenbuch führen muss. Und das ist ganz wichtig, weil da achtet je nach Landkreis natürlich das Finanzamt schon genau drauf. Der Scheinprüfer ist natürlich manipulierungssicher, was auch ganz wichtig ist bei so einem Scheinprüfer, dass er geupdatet werden kann. Das hat man bei manchen asiatischen Modellen nicht. Das Update erfolgt hier über eine SD-Karte, soviel ich weiß, oder über einen Speicherstick. Das kann dann zwischendurch wieder aktualisiert werden, wenn neue Scheine reinkommen. Man kann natürlich auch Münzen, Scheine und alles wie immer anleeren. Das ganze Gerät ist made in Deutschland und sorgt dafür, dass wir auf jeden Fall dann auch, wenn mal irgendwo eine Krise ist, an unsere Teile, Ersatzteile und so weiter rankommen. Wir haben hier ein Display drin. Er weiß aktuell, wir können keine 50-Euro-Scheine reinpacken, weil wir nicht genug Kleingeld drin haben. Deswegen zeigt er nur noch die 20er, die 10er und die 5er an. Und ich würde sagen, wir schieben mal hier einen 5er rein. Innerhalb von kürzester Zeit bekommen wir hier eine Information. Wir können die Auswahl ändern und dann können wir zum Beispiel sagen, wir wollen nur Euros oder gehen dann hier zum Beispiel auf Euro, auf Maximum. Wir können natürlich auch die Stückzahl einstellen, wollen aber das Maximal an Euros haben. Drücken auf Auszahlen. Die Ausgabe ist beleuchtet, hier unten mit Edelstahl, also alles hygienisch und dann haben wir auf jeden Fall schon mal unser Kleingeld. Und nein, man darf bei manchen Dingen wirklich nicht aufs Geld achten. Ja klar, erzähle ich das, weil wir das auch verkaufen. Aber es liegt halt auch wirklich daran, dass wir irgendwann Sicherheitsmerkmale haben, die sich an den Scheinen ändern. Wir können das schnell ändern. Dass wir ein Touch-Display haben, was auch mal ein bisschen mehr abkommt. Dass wir vorm Finanzamt safe sind, also auch kein Kassenbuch führen müssen, was Zeit kostet und letztendlich mehr Geld kostet, als der Automaten herkostet. Und was halt noch wichtiger ist, ist die Zuverlässigkeit. Das ist bei meinem Suchzuhab zum Beispiel ein bisschen problematisch. Er fällt zwischendurch aus, er weiß nicht, wie viel Kleingeld drin ist. Jemand wirft 20 Euro rein, der Wechsler ist fast leer, gibt dann vielleicht nur noch 15 Euro raus und zeigt dann an, dass noch 5 Euro fehlen. Was bringt mir das? Ich muss dann wieder hinfahren. Könnt ihr mal hier auf den Service draufgehen und gucken mal ganz kurz ins Menü rein. Im Menü selber haben wir dann natürlich hier, können wir die Statistiken abrufen. Wir können auffüllen und abfüllen, Wartung, einstellen, Loks und so weiter. Wir können hier auch einen Drucker anschließen. Ja, ist natürlich alles möglich. Können wir Test durchführen. Sobald wir den Schlüssel wieder rumdrehen, sind wir wieder raus aus dem Menü. Das Ganze ist intuitiv und ohne Anleitung zu benutzen. Das heißt, jeder Mitarbeiter kommt da innerhalb von kürzester Zeit mit klar. Schreibt gerne rein, wie eure Meinung dazu ist. Ich meine, ja, das ist letztendlich viel Geld, aber ihr müsst ja den Vorteil sehen und die Chance, dass ihr damit mehr Geld als vorher verdient. So ist es bei mir zumindest. Das ist natürlich immer der Verwendungstext die Sache. Überlegt ja nur mal fünf oder zehn Jahre weiter, wenn wir vielleicht nur noch Karten haben, also das Bargeld ganz verschwunden ist. Könnt ihr hier ein Terminal einbauen und könnt dann Token abverkaufen, ohne dass ihr irgendwelche Kunden verliert, weil ihr nicht die entsprechenden Zahlungsmethoden habt. Oder müsst nicht extra neuen Wechsler wieder kaufen. Das ist halt das Ding, was immer laufen wird. Letztendlich ist das Fazit, dass wir was verkaufen wollen, was in zehn Jahren immer noch funktioniert. Und ja, wo wir auch unsere Automaten dann Payment einbauen können, gebt wie gesagt euren Senf gerne dazu. Ihr könnt das Gerät selber bei uns im Shop angucken und uns auch gerne dazu Löcher in den Bauch fragen. Bis dann, euer Onkel Kramer. Ciao. Bis dann, euer Onkel Kramer.